ja hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen bwl video tutorial zum marketing als kleine ergänzung zu dem video zur produktpolitik ich habe noch mal eine kleine übersicht zusammengestellt am beispiel volkswagen wie man die verschiedenen produktpolitischen maßnahmen einordnen kann ich habe das mal versucht mit so art dreidimensionalen würfel darzustellen und wir wollen das mal am beispiel das vw golf erklären wie die einzelnen begriffe sich voneinander abgrenzen lassen beginnen wir mal mit dem ganz normalen standard golf und schauen uns mal an wie sich dieser in die programmtiefe die sortimentstiefe differenzieren lässt da wäre der erste begriff zu erklären wie sie schon im anderen video sehen konnten ist die produktdifferenzierung die etwas kleinere veränderung im vergleich zur variation das heißt es sind im prinzip die verschiedenen ausstattungsmerkmale hier ich habe es mal am beispiel der verschiedenen motorisierungen festgemacht dass es zum beispiel golf gti gibt den golf turbo diesel und jetzt auch neuerdings den neuen elektrisch angetriebenen golf nach das sind die etwas kleineren veränderungen wenn wir jetzt den golf in seiner grundausstattung wenn wir den jetzt weiter variieren dann kann das zum beispiel sein dass es den dann auch als cabrio gibt oder dass es ihnen dann auch als kombi version variant genannt gibt und ähnliches hier sind die im unterschied zur differenzierung sind hier die veränderungen größer und sichtbarer der nächste begriff der eine rolle spielt bezieht sich auch noch immer auf den golf in seiner grundausstattung den gibt es ja nun schon seit anfang der 70er jahre und dann wenn das produkt neu aufgelegt wird wenn ein neues modell rauskommt dann spricht man von der modifikation und ja habe ich mir ein paar beispiele eingebrachte golf 1 aus den 70ern dann golf 3 golf 5 so in der reihe mittlerweile gibt es ja glaube ich sieben stück das heißt noch mal zur erläuterung die modifikation meint dass wenn eine neuauflage rausgekommen ist das alte modell dann so nicht mehr als neuwagen zu kaufen ist das ist der unterschied zur variation wenn ich den golf cabrio gibt dann gibt es natürlich auch immer noch den golf als standard produkt der letzte begriff der in dem zusammenhang immer wieder genannt wird ist die sogenannte produkt diversifikation die sogenannte streuung in meiner palette in meiner program palette das heißt jetzt gehe ich in die breite vw hat eben nicht nur den golf in seinen verschiedensten ausführungen sondern eben für jedes marktsegment ein eigenes produkt ich habe jetzt hier mal auszugsweise den tiguan in tuareg den turan so diese etwas höher gelegten suv ähnlichen fahrzeuge ich habe hier noch mal für den turan ein weiteres beispiel für die produktdifferenzierung angefügt und zwar das hier verschiedene ausstattungsmerkmale einmal als cross variante einmal von der ausstattungslinie vom vom komfort her ist hiervon ich glaube trendline gibt es noch davor komfortline highline also immer luxuriöser in den ausstattungsvarianten und das nennt man dann auch differenzierung ja so haben wir hier alle begriffe untergebracht die differenzierung die in die tiefe geht die variation die die größere veränderung darstellt die modifikation ist die immer wieder neu auflage eines modells und letztlich noch die produkt diversifikation die in die programm breite abzielt ich denke so als ergänzung zu dem video mit den produktionsprogramm politischen maßnahmen ist das noch mal hier eine anschauliche sache und ich hoffe sie können jetzt in zukunft diese begriffe auch besser auseinander halten auch wenn es um andere produktgruppen oder produkte geht ja vielen dank für die aufmerksamkeit und weiterhin viel spaß beim lernen